Hallo und herzlich willkommen aus unserem Aktivital-Wohnzimmer. Heute will ich euch kurz zeigen, wie ihr die OSC-App am besten herunterladet und benutzen könnt. Dafür geht ihr als allererstes in euren App Store, entweder bei Apple oder bei Google Play. Dort sucht ihr ganz oben bei Suchen die OSC News App. So, bei mir erscheint sie auch hier schon ganz oben. Dann drückt ihr hier einmal bitte auf Öffnen oder Herunterladen. Sobald ihr die App habt, könnt ihr einmal hier oben auf das kleine Männchen klicken und euch dort registrieren. Für diejenigen, die die erste Version der App schon hatten, die müssen einmal auf Abmelden gehen und einen neuen Account erstellen. So, das war es auch für das Erste. Viel Spaß mit der OSC-App und bis bald. Ciao!